Kau... äh... Kaufen soll oder nicht? Wieso willst du die jetzt um den Deckox kaufen, wenn eh bald mal noch mal für drei rauskommt? Das ist so total dämlich. Ja, hab ich noch gesagt. Ah! Oh! Boah, ja! Scheiße! Ah! Boah ey, von war schnell gestorben. Doch! Los passt der, hilf uns! Ja, ich bin grad gestorben, ich bin grad am Arsch der Welt. Oh ne, gar nicht, ich muss hier nur hoch. Cool. Was zieht der denn hin, Mann? Boah, ich hab ihn noch! Du warst grad am verschwinden, oder? Schnell? Ne, äh, Dings. Patzer. Okay. Ich wollte ihn nicht. Habts nicht gesehen. Ja, wo ist denn? Oder? Und wieder. Schon wieder tot. Nö. Okay. Geklaut. Oh ja, ey, wie ich auf einmal explodiere. Oh ja, geil. Aber auch in allerhand, klar noch, genau. Oh ja, komm schon. Ja, natürlich. Das ist so. Fuck. Wird krass halt. Sporn einfach neu, leck mich doch, ey. Ja, das ist doch gleich hier unten. Lord. So, weg. Fällt ja überhaupt nicht um, oder? Ja. Wie der nicht umfällt, ne? Der will einfach nicht sterben. Ne, will auch nicht umgehen. Hast du doch gesehen, wie lange ich auf ihn draufgeklatscht habe, oder? Ja, ey, ich hab vorher auch schon auf ihn eingedrutschen, wie sonst was. Und ja auch noch. Oh,osse. KW die Scheiße machen die es gibt hier Klopklop Klopklop Oh Hier Kodosh Seht ihr den auch irgendwie da unten im Boot da? Das ist hinter dem Ding Oh ja geil Ich bin tot Oh fuck Wer ist dauernd? Nö ich Naja ich seh schon Warte lass mir mal Dings Ich dachte er hat's What the fuck? Oh ey Warte nein nein Für meiner 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 Ähm Wir laufen grad voll komisch irgendwie Wir müssen ja diese scheiß Dings suchen ne Das ist schon richtig Wir laufen voll ins Banditenlager Obwohl wir eigentlich Skag-Skill müssen oder? Ja wir müssen Skag-Fleisch finden Das haben die Banditen Achso Ich hatte grad was falsches Ich hab das mit dem Klopklop Oh guck mal hier ab und Skag-Fleisch Hier ist es Außerdem ist wir bestimmt wieder in der Waffenkiste Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wie viel Skag-Fleisch? Fünf Vier Ja Haben wir eigentlich noch ähm Nein Lassen wir das Skag-Fleisch mal aktiv hier Ja ich hab das Ding gefunden Haben wir eigentlich auch noch diese ganz alten Missionen? Ja Ja Wir müssen davon auch mal welche machen Ahja ich sterb hier übrigens Ich will grad das Reparatur-Kit für den Ah scheiße ich will grad zu dir rennen Achja ich sterb hier übrigens Ich will grad zu dir rennen aber Ja aber der Rest nicht Krieg ich grad ab Hallo Das ist so genial Irgendwer Oh noch nicht Was macht ein Thomas eigentlich grad? Ich will das doch mal tut Ich will das doch mal tut Ich will das wenn du mal hilfst Oh Klingt schon ganz verlockend ne die Idee Ab Wie Das Skatergans macht mir richtig viel Schaden Ist das normal? Skatergans Das ist das Ja Das ist so Irgendwie so ne Shotgun irgendwie so Achso ja Ich wollte dich Ich wollte dich grad aufwählen Ja Ey Das ist doch zum Kotzen Hey Hä Was für ne Scheiße. Blinder! John Rambo! Hä? Was ist er denn? Pfff, ich seh ihn gar nicht. Hast du deinen Scheiß-Reparatur-Kit da? Ja, ja. Dann gehst du hier nichts, oder? Wo war'n der Scheiß-Ding noch mal? War ja nicht irgendwo. Was war da hinten noch? So jetzt. Ja, genau. Block mich. Block... Ja, block mich doch, Tricks-Dinger. Wie liegt'n das Scheiß-Ding? Ja, ey. Oh, yeah. Kommt hier irgendwer mal auf die Idee mitzuhelfen, oder? Danke. Ich bin grad hier am Arsch der Weltbahn. Hä? Was ist los? Ich häng' fest. Die beiden stehen direkt in... Der Pazer war tot und Tischer Pazer wieder blind. Ähm, wer nicht. Pazer stirbt gerade. War tot. Jetzt ist er wieder tot. Ich kann auch keine Munition mehr kaufen. Irgendwo hier. Warte, geh... Gib mir mal Deckung. Echt? Ich mach schon. Ah, fuck! Was war das denn? Ja, super. Hey, das läuft ja prima. Äh, yo. Ich glaub, wir brauchen mal langsame Taktik. Hast du jetzt eigentlich den Typen abgehoben? Ja, hab ich. Apropos. Was, hä? Was machst du da? Entschuldigung. Bin schon da, bin schon da. Ich drücke in 800. 800. Ich seh das kaum... Das ist echt, mein Fick. Das Vieh stört ein bisschen, du. Das ist verdammt heftig, ja. Das wusste fast nicht. Das war schlimm. Ähm, ja, helft mir nicht. Wo bist du, wo bist du? Ja, dir. Warum ist er schon wieder down? Weil die hier rein kacken. Ohne Wittich-Schläger kriegst du mit Waffen normal gar nicht down. Keine Munition mehr, geil. Komm, jetzt gib ihm. Diese Raketenwerfer sind offen scheiße. Schade, Marcel. Ja, schade. Da sind zwei von den Schlägern. Ich hab hier fast nichts mehr Muni, Alter. Kann das sein, dass unsere Waffen mittlerweile mehr als scheiße sind? Kann sein, ja. Mann, wir wollen den Spaceboard. 2000 kritisch und er verliert so wenig, ich glaub's nicht. Ja, ich glaub... Ey, was kann dieser scheiß Spaceboard? Ich check's einfach nicht. Ich glaub, unsere Waffen sind lange auf den Arsch. Weiß irgendwer von euch, was ich damit machen kann? Was? Was? Den Spaceboard. Kann ich grad die unsichtbar machen. Und was bringt's mir? Du bist unsichtbar und kannst das dann so skillen, dass du währenddessen noch Schaden gibst. Oh, fuck, ja, warte. Ich hab schon. Sollte man die... Sollte man die... Sollte man die...